So, hallo da draußen vor der heimischen Glückser und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist nach wie vor Martin und wir schauen heute in das Spiel Parableth rein, einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal, das ich mir schon seit einigen Tagen vorgenommen habe und endlich auch am Start habe. Die Technik lässt grüßen. Für alle, die dieses Spiel nicht kennen, ist ein Echtzeitstrategiespiel aus dem Jahre 2006, entwickelt von SEK, dem Spieleentwickler-Kombinat, den Namen, den ich nebenbei sehr cool finde, und published über Sunflower. So, wir spielen auch die CEP Version 1.22. Man sieht hier auch die Website, wo man das herunterladen kann, kann ich nur empfehlen. Ist eine über die Community gestemmte Mod, in dieser wurde eine vierte Fraktion, nämlich die SEAS, integriert, was ich persönlich sehr cool finde. Also, mein Respekt an die Leute, die daran beteiligt sind. Wir werden ein Gefecht spielen und der Aufbau des Let's Plays sieht insgesamt vier Teile vor, ähnlich wie bei Earth. Es gibt vier Fraktionen, drei plus die von der Community integrierte. Und jede Fraktion wird einen eigenen Let's Play Teil bekommen. Wir spielen das Ganze nebenbei, inklusive Booster Pack. Und dem Map Pack haben wir also einiges an Karten zur Auswahl. Ich habe mir auch schon etwas reingefuchst. Um die Spielmechanik ein wenig mir begreiflich zu machen, muss ich sagen, dass mir die Maps sehr gut gefallen. Also, da ist wirklich viel Abwechslung gegeben. Wir werden eine Zweispieler-Map nehmen, der Spieldauer wegen. Und eine Map, die ich mir da schon für ausgesucht habe, ist Spießroutenlauf. Die haben wir hier. Die gefällt mir ziemlich gut. Klicken wir auf Fortsetzen. Die Einstellungen hier nebenbei werde ich beibehalten. Man hätte hier zum Beispiel die Möglichkeit, schon Punkte zu vergeben und infolgedessen sich Einheiten recht früh zu holen. Was das genau bedeutet, werdet ihr noch sehen. Ich belasse es bei diesen Ausgangseinstellungen. Und da wären wir auch schon im zweiten Teil des Einstellungsmenü. Keine Ahnung, was die Leute sich bei der Entwicklung dessen vorgestellt haben. Wir werden von der Ausgangsposition 2 spielen. Ich gehe gerne von links nach rechts. Und die KI, die setze ich mal auf 2. Der Grund ist nämlich, dass jede Fraktion, wir sehen sie hier nebenbei, alle vier, das Nordvolk, was wir heute uns anschauen wollen, werden, die Wüstenreiter tragen kann und die über die Community geständeten Seas. Jede Fraktion hat eine Titaneneinheit und ich nehme mir vor, bis zur Titaneneinheit hochzuleveln, um euch diese auch zeigen zu können. Idealerweise auch im Einsatz. Vielleicht schaffen wir es sogar, den Gegner zu besiegen. Dann werden die Folgen ein bisschen länger. Aber sei es drum. Tja, und dann klicken wir mal auf Spiel starten. Und da sind wir auch schon im Spiel. Und hier sehen wir auch schon die erste Besonderheit des Ganzen. Wir haben nämlich, aha, wenn du überraschst, Dinosaurier am Start. Da auch der Name Paraworld. Eine, naja, Parallelwelt. Muss ich nicht weiter darauf eingehen, nehme ich an. Ansonsten ist das Spiel recht gut vergleichbar mit Age of Empires. Wir haben hier ein Haupthaus. Wir haben unsere Arbeiter in diesem Fall. Wir bauen Häuser, um die Einheitengrenze hier oben zu vergrößern. Viel mehr zu erhöhen. Und haben hier unsere Ressourcen, die wir sammeln. In der Zahl gibt es drei unterschiedliche Typen. Nahrung, Stein und Holz. Und dann haben wir noch diese Schädel hier. Die man im Grunde als Punkte werten kann. Und die gibt es im Kampf. Und das sind auch die vorhin angesprochenen Punkte, die man sich zu Spielbeginn gewissermaßen geben kann. Infolgedessen man eben schneller an bestimmte Einheiten kommen kann oder aufrüsten kann oder forschen kann, etc. Was das Interface angeht, haben wir hier eine, wie ich finde, sehr interessante, gelungene und auch besondere Sache, die man hervorheben kann. Nämlich das hier links. Der sogenannte Army Controller. Und der erlaubt uns, den Überblick zu bauen. Und zwar, wie ich finde, besser denn je. Zum einen haben wir die Arbeiter, die wir entsprechend auswählen können. Dann kann man hier oben gucken, wo mangelt es gerade an Ressourcen. Und wir sehen, Holz ist voll, Stein ist so gut wie voll. Dann nehme ich die, die hier gerade Stein abbauen und lasse sie Nahrung sammeln. Hier zum Beispiel über die Büsche. Kann man sich auch entsprechend vorstellen, wie das gerade im Gefecht mit den Einheiten sehr von Vorteil sein kann. Weiterhin hat man die Möglichkeit, über diese Schädel, die wir oben sammeln, wir sehen, wir haben hier schon sechs Stück gesammelt, weil wir den hier erledigt haben. Lassen wir uns gerade aufsteigen. Weil wir den hier erledigt haben, können wir über die Schädel diese quasi als Punkte auf die einzelnen Einheiten umlegen und sie somit aufsteigen lassen, was im Gefecht auch nochmal eine interessante Spieltiefe beifügt. Man kann sich vorstellen, wenn man hier mehrere Stärkereinheiten hat und sie kurz vorm Abnippeln, dann hat man die Möglichkeit, diese aufsteigen zu lassen. Sie kriegen wieder volle Gesundheit, sind stärker als vorher. Und so kann man den Gegner dann doch nochmal effektiv plätten. So, wir haben zu wenig Nahrung. Dann sollten wir mal bauen. Und zwar bauen wir einen Steinmetz und eine Holzfelderhütte, um die Ressourcengrenze hochzupuschen und die Laufwege, naja, auch ein bisschen zu kürzen. Und bauen auch noch gleich Häuser. Und natürlich ist es der Fall, dass der Army-Controller hier uns das Einheiten-Limit vorgibt. Was auch nochmal eine, naja, Schwierigkeit darstellt im Handling des Spiels. Eine Herausforderung. Um es mal positiv zu formulieren. So, ihr geht mal hier runter. Oder nee, du sammelst hier noch. Denn wir wissen, die Karte hat hier ja eine S-Kurve. Und es wäre ratsam, wenn wir hier vorne versuchen, das Gebiet für uns zu beanspruchen, damit der Gegner sich dort nicht breit macht. Was ich an dem Spiel auch sehr toll finde, ist das Gameplay an sich. Es ist nämlich ziemlich schnell. Also man muss nicht Ewigkeiten auf Ressourcen warten. Wir sehen, wir haben hier schon wieder fast alles aufgefüllt. Das finde ich echt klasse. Bauen wir ein Lagerhaus, um allgemein die Ressourcen zu steigern. Weil wir uns im Nachhinein nicht darum kümmern müssen. Und hier können wir noch einen Steinmetz platzieren. Hier gebe ich mal die Null. Dann sind wir unten auch schon fast voll. Meine Strategie sieht im Allgemeinen vor, dass ich hier nur Arbeiter drin habe. Höchstens noch ein paar Fischerboote. Man kann auch auf Wasser gehen. Und die ganzen Kampfeinheiten sind irgendwo hier oben platziert. Sind vollerweise. So, wir sehen, Holz ist schon wieder am überlaufen. Wenn es hingegen bei der Nahrung mangelt, dann werden wir gleich mal unsere Einheiten aufrüsten. Damit wir uns nicht darum kümmern müssen, wenn sie erst da sind. So, hier geht schon auf Stein. Sollte ihr, würde ich euch warten. Hier können wir das Ganze auch steigern. Und hier auch. Kann man nebenbei für jede Epoche einmal aufrüsten. Du, hier kommst du zu. Bewegt euch. Diese Dinosaurier nebenbei, die man auch als Nahrungsquelle nutzen kann. Die haben auch eine Besonderheit. Es gibt nämlich unterschiedliche Typen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Art, sondern auch das Verhalten dieser Dinosaurier. Wenn man etwa auf Fleischfresser kommt, auf Fleischfresser stoßt, so ist es der Fall, dass die einen auch von sich aus angreifen, wenn sie meinen, dass man unsere Einheiten hier als Beute werten kann. Die Arbeiter hier zum Beispiel sind eine beliebte Beute. Da muss man dann auf die drauf aufpassen. Wenn so ein kleiner Velociraptor zum Beispiel kommt, der metzelt die halt nieder. Dann sind sie weg. Beziehungsweise auch so ein Riesenvieh wie hier. Was ist das denn? Ein Apatosaurus. Man sieht es auch rechts im Tooltip. Es ist ein neutrales Tier, verteidigt sich aber. Und man kann sich vorstellen, dass das recht stark ist. Sollte man sich also auch genau überlegen, auf wen man da geht. Du setzt mal deinen Zielpunkt hier hin. Dann sollten wir auch in die Einheitenproduktionen gehen. Die setzen wir mal hier hinten hin, für den Fall, dass er hier über Wasser kommen sollte. Da ist einer, der hat nichts zu tun. Der kann noch ein Haus bauen. Bau mir ein Haus. Danke. Auch sehr gelungen an dem Spiel finde ich, hier sieht man es im Tooltip rechts sehr gut, die Stärken und Schwächen der Einheiten. Man hat keine großen Textmengen, die man sich durchlesen muss. Auch keine übermäßig vielen Informationen, wie das zum Beispiel bei Earth der Fall war. Sondern es ist grafisch einfach gehalten, wenig Text und leicht verständlich. Was ich in solchen Spielen echt immer sehr begrüße. Es ist nichts schlimmer, als das stundenlange Durchlesen von Text, während der Gegner am Kommen ist. So, wir werden hier hinten noch eine Palisade bauen. Straight durch. Oh. Stein hier. Baut doch einer am... Ein Forsthaus. Da können wir eins bauen. Na, null. So. Dann sind wir da auch voll. Du kannst herkommen und auch etwas Holz sammeln. Holz. An Holz mangelt es. Das Lagerhaus. Sehr gut. Was brauchen wir denn zum Aufsteigen? Wir brauchen... von allem... 700. Okay, wir haben jetzt echt eine Menge, Menge Stein. Weiß ich gar nicht, wie wir das verwerten müssen. Wir können vielmehr. Geht ihr doch mal auf Holz. Und du hier kannst bei der Nahrung gerade mitmischen. Bei der Nahrung, genau. Wie das genau mit dem Stein und mit dem Holz funktioniert, für den Fall, dass man keine Abbaustellen mehr hat, das ist mir noch nicht ganz klar. Da frage ich mich, ob das Spiel dann im Grunde einfach vorbei ist oder eben nicht. Wie das mit der Nahrung ist, ist es dagegen deutlicher. So zum Beispiel auch die Tiere, die wir da jagen. Die haben... Wo haben wir es denn hier? Ein Nest. Im Allgemeinen haben die Nester. Und so kann man die gewissermaßen halten. Also man legt nicht gleich alle um, sondern immer nur einen Teil. Okay. Da können wir keinen bauen. Sondern immer nur einen Teil. Infolgedessen sie sich immer wieder regenerieren. Und so kann man sich dann die Nahrungsproduktion effektiv sichern. So, du bist hier fast am sterben. Du ziehst dich mal zurück. Achso, ihr habt kein Tor. Ja, klar. Wie dumm von mir. Die Lanzenträger, die können sich eigentlich mal zurückzuholen. Die sind nämlich nicht sehr effektiv gegen Infanterie. Ja, du kannst hier schon kämpfen. Und da haben wir ein Dino am Start. Einer, der noch nicht so stark ist, aber immerhin. So, äh. Wir tun euch weiterentwickeln. Hier könnt ihr mal herkommen und unsere Einheitenproduktion vorantreiben. Ich vergesse immer wieder, wo die Gebäude hier unten platziert sind. Das ist echt nervig. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit eine einfache Gewohnheitssache. So, hier. Ja, was? Schon wieder? Das geht ja echt flugs voran. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, dass es mit der Ressourcensammlung hier echt schnell geht. So, Holz läuft ganz gut. Dann könnt ihr beiden mal auf Nahrung gehen. Jetzt werden die Laufwege ein wenig groß. Dann bauen wir doch Felder. Beziehungsweise bauen hier in die Mitte noch ein Lagerhaus. Wenn wir ein paar mehr dieser Felder haben, müsste man hier das auch wieder steigern können, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Lasset uns das machen. Die Tierfarm können wir auch aufstocken in eine große Tierfarm. Und hier haben wir drachenbobliges Fernkampfschiff. Äh, Moment. Achso, ja. Boah, habt ihr hier nichts zu tun? Ist euer Ernst? Hey, wie viele das hier gerade sind? So, dann geht ihr hier hin. Und du nicht. Du und du. Ihr könnt Holz sammeln. Ihr beiden. Hier haben wir ein Lagerhaus. Könnt ein paar Felder bauen. Feld. Feld. Boah, wie viel Platz die in Anspruch nehmen. Und wo stehst du? Ihr beiden. Könnt man hierhin kommen. Und ihr müsstet jetzt. Du bist jetzt aufgerüstet. Seid ihr beide aufgerüstet? Hab ich euch beide aufgerüstet? Tatsächlich. Hm. Keiler. Das sind die Rhinos. Von denen hier könnten wir auch mal ein paar ausbilden. Und schauen, ob wir den Gegner ein wenig gepusht kriegen. Ihr solltet jetzt auch bald da sein. Kommt jetzt natürlich von weit da hin. Das einzige, was etwas nervig ist, ist mit diesem System. Man weiß nie so recht, wo die Einheiten sind. Wenn man da noch eine Lösung für hätte, das würde ich sehr begrüßen. Ja. Wir bräuchten hier ein paar Katapultschiffe. Ich glaub, dann wäre das effektiver. Die werden wohl noch kommen. Jetzt fehlt es natürlich an Nahrung. Oh, Holz ist komplett überladen. Dann. Ja, okay. Ich glaub, für ein Lagerhaus ist hier kein Platz. Baut man auf jeden Fall ein paar Felder. So, hier ist Stress am Start. Was ich auch begrüßen würde, was den Army-Controller hier angeht, wäre, dass man über einen Doppelklick alle Einheiten auswählen könnte. Denn das funktioniert nicht. Stattdessen hüpft man dorthin, wo die Einheit gerade positioniert ist. Das ist natürlich etwas, naja, unpraktisch. So, dich erledigen wir jetzt. Dann stellen wir euch in den Umkreis des Tempels. Der heilt die nämlich. Und ihr könnt vielleicht mal hingehen und hier mithelfen bei der Sammlung. Was ist denn da los? Wird das Feld nicht bestellt? Hm. Wunderbar. Junge, Junge, das geht echt fix voran, ey. So, und dann hoffe ich, dass wir auch ein paar Katapult-Schiffe oder sowas bekommen. Momentan fehlt es natürlich an ziemlich vielem. Das seid ihr beiden. Und Stein ist jetzt auch echt mangelbarer. Aber hier haben wir auch noch etwas zum Abbau. Das sollte man nutzen. Da können wir nämlich auch das hier gleich machen. Da wird das Ganze nämlich sehr kostspielig im Bereich von Steinen und Türme und Mauern gebaut. Sind natürlich effektiver als Palisaden. Da muss man nicht drüber reden. So, Rhinoraserei. Das brauchen wir. Und da brauchen wir eine Menge Nahrung. Ja. Jetzt habe ich mir natürlich selber einen Strick gezogen. Vielmehr beziehungsweise ein Loch gegraben. Da habe ich nämlich keinen Platz mehr für Fischerboote, die hier eigentlich ganz interessant wären. Aber okay. Muss man mit klarkommen. Schauen wir mal, was wir noch bauen können. Hafen haben wir, Waffenschmiede haben wir, Maschinenbauer. Der, wenn wir noch interessant ist, könnt ihr beide hier an der Front übernehmen. Dann setzen wir mal etwas näher am Tor hin. Boah, hat er sich erschreckt. Und die Zeit ist jetzt auch langsam vorangeschritten. Ach, verdammt, jetzt erst sehe ich es. Blind auf beiden Augen. Es fehlt uns an Häusern. Vielmehr an Hütten. Und ich denke, jedes Mal, es fehlt an Nahrung. Allein. Schon wieder. Wir geben keine Ruhe. So, ihr Bogenschützen. Müsstet eigentlich auch da hochkommen. Genau, seht ihr? Sehr nice. Muss auch aufpassen, wenn man im Kampf verwickelt ist, dass wenn solche neutralen Einheiten in der Umgebung sind, besonders wenn sie stark sind, nicht aus Versehen Schaden nehmen. Sonst gehen die nämlich auch auf einen los. Und das ist sehr unangenehm. Kann ich nicht empfehlen. Das habe ich mal mit, ich glaube, zwei Brachiosauriern gehabt. Und die haben mir halt meine Einheiten, die so im Level-2-Bereich waren, fast alle geplättet. Weil das halt auch Riesendinger sind. Was haben wir hier? Mächtige Kabelläge Einheit. Das hört sich gut an. Und das ist das Arbeitsmammut. Wir sind auf Angriff aus. Ist aber auch ein sehr nettes Feature mit diesen Arbeitstieren. Kann man nämlich an der Front hier vorne mit ziemlich mächtigen Sammeleinheiten sozusagen die Ressourcen sammeln. So. Stocken wir das Ganze noch ein wenig mit Fernkampf auf. Ich würde sagen, wir nehmen hier noch was gegen Tiereinheiten. Ja. Schon wieder. Na gut. Was haben wir hier? Das ist eine Heldin? Nein, ist es nicht. Das ist eine einfache Sperrwaffe. Auf jeden Fall kann man auch mehr Droiden, das ist klar, wenn man Tempel bauen kann und man kann Helden anwerben. Und das ist dieser Rollenspielcharakter ähnlich wie Spellforce beispielsweise, soweit mir das in Erinnerung geblieben ist. Mache ich meistens aber, muss ich gestehen, keinen großen Gebrauch von, da die Helden doch ziemlich schnell untergehen. wenn man erstmal eine starke Armee hat. Da gehe ich dann doch mehr auf Masse statt Klasse. So, wo mangelt es? Ihr seid hier an der Front? Nein, seid ihr nicht. Ah, ihr seid fertig. Alles abgebaut. Dann guckt mal, dass ihr hier beim Stein weiter abbaut. Hier haben wir schwere Einheiten am Start. die haben hier auch schon. Ihr seid soweit alle gesund. Dann gucken wir mal, dass wir angreifen. Wunderbar. Ihr geht hier auch vor. Na, kommt. Nur keine falsche Scheu. Was brauchen wir zum Aufsteigen? 1.500. Finde ich auch klasse, dass man von allem einfach gleich viel braucht. Dann ist das nicht ein ständiges Hin und Her. So, Stein ist jetzt natürlich so eine Sache. Den Stein geht uns langsam zur Neige. Mal gucken, ob das überhaupt reicht. Wo haben wir noch Stein? Wir haben hier noch ein wenig Stein. Ist aber auch nicht mehr viel. Sonst ist es fast gar nicht abzubauen. Könnt ihr mal übernehmen. So, das geht voran hier. Guckt euch das an. Ach, der geht keine Chance. Keine Chance. Da oben ist auch Stein. Ist die Frage, ob der Gegner schon da ist. Da haben wir noch einen roten. Oh, jetzt aber bitte nicht auf die hier. Oh, seht ihr genau? Das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt habe ich diese Riesendinger hier am Start. Scheiße. Gut. Dann werden wir euch mal hierher holen. unterwegs. Und hier eine kleine vorgeschobene Basis errichten. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Die halten irre viel aus. Haut der ab? Der haut ab. Wunderbar. Und sie haben natürlich massig Fleisch. 1800 Fleisch einhalten. Das ist schon heftig. Ihr seid hier noch am bergen. Dann geht ihr beiden auch mal hierher. Wir steigen auf. Dann könnt ihr auch wieder arbeiten. Das hier können wir auch gleich mal aufwerten. Ah, ich mag, dass das so schnell geht. Keine ewige Rumbarterei. Ja, wir sind schon da, Leute. Das ist echt eine starke Armee. gerade mit den Mammuts am Start. Und ihr solltet auch bald da sein. Ah, du gehörst auch noch dazu. Und da haben wir schon den Gegner. Bräuchte noch ein bisschen Fernkampf, stelle ich gerade fest. So, ihr hier könnt mal auf die kleinen Einheiten losgehen. Die Großen nehmen das Große ins Visier. Und da zieht das Schicht schon zurück. Sehr schön. Das sollte soweit kein Problem sein. Wir machen hier ein Lagerhaus auf. Ressourcensammelstelle. Sehr gut. Dann können wir den hier auch gleich verwenden. Die verwesen anscheinend auch nicht, musste ich feststellen. Oder es dauert länger als ich denke. So, wir haben hier einen verloren. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir brauchen hier auch ein bisschen Platz. Die können wir vielleicht hochnehmen. Viele Sperrwerferinnen habe ich nämlich nicht unbedingt. Oh, da ist noch ein Turm. Der sollte zuerst weggemacht werden. Ach nein, wir sind gerade am Aufsteigen. Ich dachte, wir wären schon aufgestiegen. Schlachtschiff. Der ist Level 3. Ja, da ist halt alles voll. Dann holen wir dich hier noch hoch. Viel hat er uns nämlich gerade mich entgegen zu setzen. Und hier habt nichts. Oh, okay. Jetzt haben wir die Antwort auf die Frage, was mit den Kadavern passiert. Die verschwinden einfach. Das ist sehr interessant. Ich glaube, von dem her brauchen wir jetzt nicht unbedingt was. Oh, sind die so stark gegen alles? Fernkampfeinheiten. Kann bis zu 10 Infanterieeinheiten transportieren. Na ja. Dies ist nicht unbedingt nötig. Da wären wir hier diese Baumstammtypen hier Baumstammkanonen deutlich lieber. Gerade wenn Türme sich uns in den Weg stellen. Was ist hier los? 3. Ah, kein Platz mehr. Okay. Das könnte sich gleich ändern. Ich werde den hier voraussichtlich draufgehen lassen, sollte es soweit kommen. Und euch hier werden wir auch mal weiter aufrüsten. Dann haben wir oben noch die Sache. Oh, es reicht nicht an Holz. Zappalot. Wo seid ihr am Schaden? Na, guckt mal an. Ich kann mehrere Leute bis zu zwei Arbeiter auf ein Feld schicken. Das habe ich gar nicht gewusst. Dann könnt ihr beiden mitkommen und Holz abbauen helfen. So, Baumstammkanone ist am ist am und du hast überlebt. Naja, gut. Möcht mal nicht so sein. Titan Raserei, das können wir auch schon mal alles erforschen. Und mit dir hier, machst du das gerade? oder machst du das? Nein, du machst das. Der werden wir den Titanen entwickeln, da bauen wir noch 1500 Holz. Sage mal. Ihr beiden könnte man Holz abbauen gehen. Stein werden wir nämlich jetzt hier oben schon abbauen, um das zu genüge. So, hier ist soweit auch alles in Ordnung. Man könnte hier noch ein, komm mal, zwei Einheiten brauche ich mal. Einen Tempel bauen. Dann werden die auch gleich geheilt. Wo kann ich, da kann ich bauen. Sehr schön. Du gehst hier rüber. Du sollst noch rüber. und für mehr ist immer noch nicht drin. Es fehlt immer noch Holz. Gut, dann ihr hier geht mal auf Holz. Das können wir auch. Oder ne, brauchen wir nicht, wir haben genug Platz. So, machen wir die auch fertig. Dann werden die Einheiten gleich geheilt. Wunderbar. alle auf einen. Genauso will ich das. Ich halte sehr viel von Fairness. Die Musik neben beim Spiel finde ich auch sehr gelungen. Wurde über ein Orchester gemacht. Was haben wir denn? Wir haben eine Menge Bogenschützen paar von denen und der geht doch deutlich auf Infanterie. Ihr geht mal näher ran und ihr könnt mal Holz abbauen. Ach, jetzt wandelt es an allem oder wie? Dann geht ihr mal auf Stein. Wie viel Wald haben wir denn hier noch nicht mehr so viel machen wir das ganze mal ein wenig näher ran kann ich das abreißen? Oh ja tatsächlich kann ich das auch recyceln? Nee kann ich nur zerstören da habe ich wohl zu viel mit erwartet so auf jeden Fall haben wir 1500 von allem jetzt können wir auch einen Titanen ausbilden oder züchten oder züchten ich bezweifle dass man so einen Triceratops Titan ausbildet wie viele kann ich von denen eigentlich haben ja da ist noch an Holz fehlen ein Marktplatz zum Beispiel wo man handeln kann habe ich bisher noch nicht entdeckt ich weiß dass ich den hier zum Marktplatz umbauen kann ich glaube mit dem kann ich nicht handeln probieren wir das doch gerade aus bauen wir mit euch ein weiteres Lagerhaus da geht es ja hoch her so haben wir noch irgendwas hier am start für den ist kein Platz mehr es seiden wir genau wir pushen einen von euch hoch dich pushen wir dann da hoch dann können wir noch einen zweiten bauen wenn diese da ist er nebenbei riesen ding diese baumstamm baumstamm kanonen da werden zwei sehr von vorteil gerade wegen den ganzen türmen und wenn die alle da sind dann werden wir auch auf den gegner zu gehen und ihm klar machen was Sache ist du gehst mal ein wenig in den hinter grunt sehr schön du gehst noch hoch die baumstamm kanone und dann werden wir soweit reicht es viel Hilfe aus nein ich würde gerne wissen wie viele schädel ich brauche um den jetzt hier hoch zu kriegen da kriege ich leider keine anzeige das ist etwas ärgerlich schauen wir mal nach dem marktplatz das müsste jetzt eigentlich einer sein ist ein marktplatz ja okay da gilt dann auch gleichzeitig als als lagerhaus hätte ich kein zweites bauen müssen und man kann marktkarnen bauen und man kann nicht wie age of empires etwa handeln naja da muss man eben warten so du bist jetzt hier auch am start wunderbar genau dann nehmen wir dich 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 und dich ihr könnt hier auf den gehen hängst fest links fest sind alle drauf soweit alle drauf du bist jetzt mit dabei in der gruppe genau so kann ich dich hoch pushen nein kann ich nicht pushen viele schädel brauche ich dafür den wohl bist du gleich da ist wunderbar ach sieh mal an wenn ich das weiterentwickelt dann sind tatsächlich alle äh lagerhäuser zu marktplätzen entwickelt wurden und hier alle kleinen tierfarmen zu großen also ich kann offenbar nicht von jeder sorte eine haben so macht den noch zählt euch mal etwas zurück jetzt brauchen wir nämlich die beiden hier mir gefällt das geräusch was die mammuts machen diese tiefen töne finde ich super so und da werden mit baumstammen kanonen geschossen stelle ich mir sehr krass vor man muss sich vorstellen man steht hier irgendwo live und dann sieht man wie baumstämme auf einen zugeflogen kommen heftig finde ich auch nebenbei sehr cool das setting mit den dinosauriern seien wir mal ehrlich wenn leute hier so echtzeitstrategie spiele wie hier etwa jetzt spielen was sind da die liebsten einheiten boah du gehst aber schnell drauf na natürlich die super dinger riesen einheiten die einfach durch die kirchnerische basis regelrecht schlendern und einfach alles niedermachen was sich den weg stellt und dinosaurier eignen sich halt hervorragend dafür weiß ich gar nicht warum man das nicht öfters aufgreift so kriege ich dich jetzt hoch tatsächlich jetzt bist du mal ein richtiger titan so und dich holen wir auch nein haben wir nicht genug schädel dafür wer schießt da oh da haben wir einen bunker sollten wir vielleicht mal alle drauf setzen jetzt können wir nämlich noch einen zweiten ausbilden und wir haben hier unsere spezialaktionen schüchert gegner in der umgebung einen verringert ihren schadenswert äh befallung schlag schüchert gegner ein probieren wir das nochmal ok viele gegner haben wir jetzt auch nicht gerade am start hier die raserei ist es glaube ich genau dreht er total durch so jetzt geht man hier auf die kaserne einheit müssen wir nicht nach produzieren die gegner ist hinüber dann haben wir tatsächlich das ziel erreicht mensch ich kann es selber nicht glauben kommt hier das haupthaus die machen machen wir jetzt noch fertig wenn wir schon dabei sind hat so hier noch die häuser Oh, guck mal, da ist noch ein Bunker Und noch einer Mensch, Mensch Dann holen wir hier mal die Mammuts runter Ihr könnt hier drauf gehen Seid ihr in Schussreichweite? Tatsächlich Nee, seid ihr gar nicht Weil die Schussreichweite auch ziemlich groß ist Dafür, dass wir Baumstämme geschossen werden So hier nochmal durchdrehen Jawohl, haben wir gewonnen, wunderbar Und da werden wir auch schon am Ende dieser Folge Dem Nordvolk im Spiel Paragraph Die, wie man sehen kann, mit den Wikingern Oder irgendwas in dieser Richtung Sehr gut vergleichbar sind In der nächsten Folge werden wir uns die Mystenreiter anschauen Das ist mehr so ein Nomadenvolk Die dann auch, was die Dinosaurier etwa angeht Auf Raptoren sitzen Da kommt dann auch der T-Rex zum Einsatz Bin ich sehr gespannt Ich hoffe, ihr hattet Spaß Ich halte ihn auf jeden Fall Ich kann das Spiel sehr empfehlen Für jeden, der auf solche Echtzeitstrategiespiele wie eben hier steht Gebt den ganzen Daumen nach oben Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid Bis auf dann Bis dann